Morgen und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal und heute habe ich für euch die Argento Smart Rakt. Wir haben hier ein Kaliber von 25 Millimeter, eine Schussanzahl von 10, eine NEM von 138 Gramm, eine Brenndauer von 20 Sekunden und eine Effekthöhe von 35 Metern. Beschrieben ist ein Titan Gold Schweifausstieg zu Titan Gold Weide mit grünem Blickstern. Wunderschönes Design. Würde ich sagen, schauen wir noch einmal ganz kurz rein. So sieht die ganze Batterie aus. Mit schönen Stammfuß, wunderschönes Teil und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So jetzt die Argento Smaragd. Schönes, schönes Teil. Schönes, schönes Teil. Schönes, schönes Teil. Schönes, schönes Teil.